Hey Leute, Kevin hier. Ich lese gerade immer häufiger bei mir in den Kommentaren, dass die Gasfees auf die Ethereum derzeit zu hoch sein sollen. Und genau deshalb dachte ich mir, lass uns das Thema Gasfees mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Was es denn überhaupt alles auf sich hat und vor allem auch sechs verschiedene Wege, wie du die Gasfees relativ einfach auch reduzieren kannst. So, bevor wir direkt mit den Tipps starten, ist es zunächst mal wichtig, dass du ein Grundverständnis von den Gasfees hast. Weil nur wenn du die Logik davon verstanden hast, kannst du dann auch die ganzen Tipps entsprechend anwenden. Und zwar, lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar werden die Gasfees bei Ethereum in Grey gemessen. Grey steht für Giga, Wai und Wai ist einfach nur die kleinste Einheit von Ether. Genauso wie Satoshi die kleinste Einheit von Bitcoin ist, so ist es bei Ether entsprechend Wai. Mit dem einzigen Unterschied, dass ja Bitcoin 100 Millionen Satoshis hat und Ethereum, das sind entsprechend eine Trillion. Das heißt eine 1 mit 18 Nullen und bei Bitcoin ist es eine 1 mit 8 Nullen. So, GigaWai steht also für eine Milliarde Wai und in der Einheit werden die ganzen Gasfees gemessen. Und wenn du immer eine Transaktion auf Ethereum machst, zahlst du immer diese Gasfees. Und dann stellt sich natürlich die Frage, aber warum macht man das nicht kostenlos? Warum tut man da jetzt da so eine Gebühr einführen? Und der primäre Zweck ist tatsächlich der, dass man das Netzwerk sicher halten möchte. Weil in dem Moment, wo die ganzen Transaktionen kostenlos wären, dann gäbe es keinen finanziellen Anreiz an die ganzen Leute, tatsächlich Ethereum zu staken. Das heißt, die ganzen Transaktionen zu validieren, auch sicherzustellen, dass nur die Validen-Transaktionen mit in den Block kommen. Da gäbe es keinen finanziellen Anreiz dafür. Und genau deshalb geht auch ein Teil von diesen Gasfees an die Leute, die das Staking betreiben. Das heißt, an die Leute, die tatsächlich das Netzwerk sicher halten. Und an der Stelle könnte man jetzt einhaken, aber geht es nicht irgendwie, dass die Ethereum Foundation oder irgendwie sonst irgendwelche gutmütigen Leute einfach dieses Staking übernehmen und dadurch die ganzen Transaktionen irgendwann mal komplett kostenfrei werden. Und nach der ist die Antwort leider nein. Weil wenn tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt mal diese Transaktionen kostenfrei wären, dann könnten irgendwelche Entwickler hergehen, einfach einen unendlichen Loop entwickeln, sodass der ja einfach unglaublich viel Kapazität beansprucht. So viel Kapazität, bis die ganze Chain im Prinzip komplett still liegt, weil jeder einzelne Block im Prinzip voll ist mit diesen ganzen Transaktionen von diesem Loop. Von daher, es geht nicht anders. Jede einzelne Transaktion auf Ethereum muss Geld kosten. Und das ist eines der primären Sicherheitsfeatures von Ethereum. Und auch wenn es zunächst mal wehtut, die ganzen Gaze-Fees zu bezahlen, die haben auch Vorteile für uns Investoren. Denn ein gewisser Teil von diesen Gaze-Fees, die sogenannte Base-Fee, die wird im Zeitverlauf gebürnt. Und die ist auch der Hauptgrund dafür, dass im Perzipp jetzt im Zeitverlauf mehr Ether gebürnt werden, als neue dazukommen. Und das ist natürlich als Investor, also cooler geht es nicht, wenn das Angebot im Zeitverlauf immer mehr abnimmt. Das heißt, wenn nur die Nachfrage entsprechend gleich bleibt, muss der Preis entsprechend ansteigen. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich, genauso wie ganz viele andere, relativ bullish aktuell auf Ethereum sind, wenn eben diese Burn-Rate mittlerweile schon höher ist, als das, was tatsächlich neu bei Ethereum entsprechend dazukommt. Das heißt, derzeit, Stand heute ist beispielsweise schon Ethereum deflationär unterwegs. Und genau deshalb wird es auch schon als Ultrasound Money bezeichnet. Jetzt ich persönlich finde diesen Namen ziemlich unpassend, weil für mich Ethereum nichts, aber wirklich gar nichts mit Geld zu tun hat. Aber ja, es hört sich zumindest fancy an und viele Leute benutzen das fürs Marketing. Also, warum nicht? Ja, zum Problem werden die Gas fees nur deshalb, weil im Prinzip die Blockgröße limitiert ist. Und das heißt wiederum, dass pro Block nur eine gewisse Anzahl an Transaktionen tatsächlich stattfinden können. Und das heißt wiederum, wenn wir jetzt beispielsweise derzeit eine Marktphase haben, wo ganz viele Leute Transaktionen machen wollen, weil beispielsweise, was ich, irgendein Krypto-Event kam raus, ganz viele Leute wollen jetzt plötzlich verkaufen oder kaufen und so weiter, dann kann es sein, dass einfach ganz viele Transaktionen, also ganz viele Leute Transaktionen machen wollen, die Blockgröße allerdings limitiert ist. So, um jetzt dafür zu sorgen, dass deine Transaktionen tatsächlich in den nächsten Block reinkommen, kannst du jetzt, wenn du so willst, die Validatoren, also die Leute, die Staking betreiben, bestechen, indem du mehr Gas fees zahlst, weil ja die ganzen Validatoren einen Teil von diesen Gas fees entsprechend bekommen. Und das heißt, die ganzen Validatoren haben natürlich einen finanziellen Anreiz, gerade die Transaktionen mit aufzunehmen in den Block, die die meisten Gas fees zahlen. Also, du kannst dir im Prinzip vorstellen, wie, ich sag mal, beim Fliegen, wenn du da ein bisschen mehr zahlst und Business Class fliegst, dann darfst du zuerst bauen, also sofern du möchtest. Wenn du ein bisschen weniger zahlst und Economy fliegst, dann darfst du halt erst ganz zum Schluss bauen. Und so ähnlich ist es auch bei den ganzen Transaktionen bei Ethereum, dass derjenige, der am meisten Gas fees entsprechend zahlt, die Transaktion geht als erstes in den Block und die Leute, die am wenigsten zahlen, die müssen entsprechend am längsten warten. So, dann lass uns auch jetzt direkt zu den Tipps kommen, wie du tatsächlich Gas fees einsparen kannst. Und der erste Tipp, der hört sich ein bisschen banal an, ist allerdings absolut essentiell, weil du allein dadurch teilweise mehr als 50% an Gas fees einsparen kannst. Und zwar, indem du primär dann Transaktionen machst, wenn aktuell relativ wenig Leute Transaktionen machen wollen. Weil das schwankt von Tag zu Tag, das schwankt von Stunde zu Stunde, das schwankt sehr so nah und das schwankt auch je nach Event. Lass uns das also mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Und zwar siehst du hier eine Analyse von 2020, wo im Prinzip analysiert wurde, wann denn tendenziell die ganzen Gas fees am teuersten sind und wann denn tendenziell zu welcher Uhrzeit die ganzen Gas fees am geringsten sind, also wann tendenziell am wenigsten Leute tatsächlich Transaktionen machen. Ich habe leider keine neuere Analyse dazu gefunden. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass es sich im Zeitlauf nicht wirklich geändert hat, weil die Gewohnheiten von den Menschen natürlich nach wie vor die gleichen sind. Wichtig hier ist nur, um zu berücksichtigen, dass es hier ein UTC ist. Das heißt, um tatsächlich die deutsche Zeit hier abzulesen, musst du eine Stunde noch hinzufügen. Das heißt, wenn hier irgendwie 9 Uhr morgens dran steht, dann ist es in Deutschland 10 Uhr morgens. So, wie du das sehen kannst, alles, was hier orange und rot ist, das sind tendenziell die Zeiten, wo die Transaktionen am teuersten sind. Das heißt, irgendwann zwischen, ich sage mal, 3 Uhr nachmittags und 6 Uhr nachmittags, beziehungsweise am Abend, das sind tendenziell die ganzen Transaktionen am teuersten und am winzigsten sind die Transaktionen irgendwann früh morgens oder spätabends. Das heißt, allein daraus kannst du schon mal lernen, also irgendwann so, wenn du vom Arbeiten heimkommst, vielleicht um 4 Uhr, 5 Uhr nachmittags, ist tendenziell eine weniger gute Zeit, um die ganzen Transaktionen zu machen, sondern besser wäre, wenn du das früh morgens machst oder spätabends. So, das war jetzt die Auswertung von Stunde zu Stunde. Wenn wir uns das Ganze mal über eine komplette Woche anschauen, dann stellst du fest, hier Montag war relativ wenig los, bis auf ein, zwei Stunden vielleicht. Dienstag war relativ wenig los, Mittwoch war teilweise sehr viel los, Donnerstag war teilweise sehr viel los, Freitag war so, ich sage mal, gemäßig und Samstag und Sonntag waren nahezu komplett still. Und wenn du dir mal dieses Chart für die letzten paar Wochen anschaust, dann stellst du fest, es sind halt so immer das gleiche Pattern, dass im Prinzip von Montag bis Freitag tendenziell am meisten Transaktionen stattfinden, das heißt, die Gasfees tendenziell am höchsten sind und Samstag und Sonntag, das heißt am Wochenende, tendenziell die wenigsten Transaktionen stattfinden und dort die Gasfees tendenziell am geringsten sind. Das heißt, wenn du es irgendwie so managen kannst, dass du nicht nur morgens und abends deine ganzen Transaktionen machst, sondern sogar noch am Wochenende, kannst du nochmal extra an Gasfees entsprechend einsparen. Was du allerdings ja auch auslösen kannst, und das finde ich wichtig, dass selbst an dem Tag, wie beispielsweise hier am Mittwoch, wo teilweise die Gasfees das 10-fache waren oder 11-fache waren von, ja, ein paar Stunden später, dass du selbst an dem Tag einfach mit ein bisschen Geduld auf den Moment abwarten kannst, wo die Gasfees einfach ein Vielfaches geringer sind. Also auch das kann sich auszahlen, indem du nicht dann die Transaktion machen willst, in der gleichen Stunde, wo gerade jeder seine Trades machen will, sondern indem du einfach sagst, hey, momentan sind mir die Gasfees ein bisschen zu hoch, ich warte mal noch ein paar Stunden ab, in der Hoffnung, dass die Gasfees wieder fallen, und mache dann entsprechend meine Transaktion. So, jetzt habe ich eingangs erwähnt, dass die ganzen Gasfees nicht nur von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag schwanken können, sondern auch saisonal, je nachdem, ob wir derzeit einen Bull-Markt haben oder einen Bärmarkt. Und das kannst du auch wunderschön hier in diesem Chart abschauen, dürfte auch an sich nicht wirklich verwunderlich sein, weil die ganzen Gasfees werden ja in Quay, also Gigaway, gemessen, also in Ether, sind dementsprechend natürlich auch komplett vom Etherpreis abhängig. Und deshalb kannst du hier beispielsweise sehen, beim Bull-Markt in 2018, da haben sich damals schon die ganzen Leute beschwert, dass die Transaktionen so teuer sind, aber wenn man das mal vergleicht mit dem letzten Bull-Markt hier, ja, da sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und von daher, wenn du dieses Chart einfach nur dir vorstellst, wie es dann beim nächsten Bull-Markt aussehen wird, da werden die Gasfees teilweise so hoch sein, dass es für die meisten Normallos, die DeFi benutzen, einfach nicht mehr tragbar ist. Und deshalb gehe ich persönlich ganz stark davon aus, dass ein Großteil von DeFi in der Zukunft einfach auf Layout 2 stattfinden wird, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach der Etherpreis konstant so hoch sein wird, dass die Gasfees einfach, also, ja, dass es sich nicht wirklich mehr lohnt, als normalo auf der Layer 1 tatsächlich irgendwelche DeFi-Protokolle zu nutzen. Die ganzen Gasfees schwanken jetzt allerdings nicht nur von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, sondern sind natürlich auch extrem davon abhängig, wie momentan so die Newslage ist. Tendenziell, wenn du ganz viele Schlagzeilen liest über Krypto, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass momentan ziemlich viele Leute Transaktionen machen wollen und dementsprechend die Gasfees höher sind. Und wird natürlich auch genau umgekehrt, dass je langweiliger es im Markt ist, desto tendenziell günstiger sind natürlich auch die Gasfees. Wie beispielsweise erst dieses Jahr, und das ist, ja, einfach nur krass, dass am ersten Mal die durchschnittlichen Gasfees, der Durchschnitt, war bei knapp 500 Dollar. Das heißt, hättest du am ersten Mal irgendwelche Rewards geclaimt und reinvestiert, ja, dann wärst du direkt mal an einem Tausender losgeworden, weil an dem Tag einfach unglaublich viele Transaktionen stattgefunden haben. So, die zweite Möglichkeit, wie du bei Ethereum Gasfees einsparen kannst, ist im Prinzip die Möglichkeit, dass du mit deiner Wallet, die du für Ethereum benutzt, ein sogenanntes Gaslimit festlegst. Und das ist im Prinzip das Limit, wo du maximal zu viel tatsächlich für eine Transaktion entsprechend zahlst. Das kannst du selbst individuell festlegen und wer dort sich ein bisschen auskennt, der kann auch dadurch einfach Transaktionskosten einsparen. Jetzt ich persönlich benutze primär die Meta-Mask, deshalb zeige ich dir das jetzt mal heute. Anhand der Meta-Mask, du kannst allerdings so ähnliche Einstellungen bei fast jeder Wallet für Ethereum entsprechend einstellen. Und zwar tun wir zunächst mal hier die Anfänger-Variante durchgehen, bevor wir dann zu der etwas, ich sag mal, Pro-Variante durchgehen und tue zunächst mal hier in den Grundsettings was umstellen. Und zwar gehen wir hier unter den Einstellungen, gehen wir auf Erweitert und klicken dann hier auf Erweiterte Gas-Kontrolle, wie man die verwendet, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, wenn wir jetzt zurückgehen und einfach beispielhaft irgendeine Transaktion machen, ich schicke jetzt mal beispielsweise meine Ether und Binance den maximalen Betrag, dann siehst du hier beim Verschicken, dass du hier oben die Option hast mit Editieren. So, hier siehst du das Gas-Limit, das ist das, von dem ich gerade gesprochen habe, genauso auch die maximale Prioritätsgebühr, also wenn du so willst, so die, ja, das Schmiergeld, das Trinkgeld für die ganzen Validatoren, dass deine Transaktionen möglichst schnell in den Block reinkommen. Genauso auch die maximale Gebühr von Gray, die du hier entsprechend auch manuell abhören kannst. Also, wie man das hier auswählt, da kommen wir gleich mit drauf zu sprechen, das ist mehr für die Pros. Jetzt für die ganzen Anfänger würde ich sagen, klick einfach hier oben auf Empfehlung anzeigen und dann siehst du Mitte, also niedrig, Mitte und hoch. So, wenn du jetzt auf hoch drauf klickst, dann heißt das, du zahlst tendenziell mehr Gas-Vis, bist du allerdings bereit oder das hat im Prinzip die Auswirkung, dass deine Transaktionen relativ schnell in den Block reingehen. Das ist beispielsweise dann relevant, wenn du kurzfristig irgendeinen Arbitrage machen möchtest oder kurzfristig einen Swap machen möchtest, wenn momentan das Verhältnis möglichst gut ist, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn du hier ein bisschen mehr Gas-Vis zahlst, aber dafür einfach eine schnellere Transaktion durchschicken kannst. Jetzt besonders niedrig, beispielsweise dann, wenn du, ich sag mal, aus dem Staking rausgehst und es dir egal ist, ob du da jetzt 10 Minuten wartest oder vielleicht auch sogar mal eine Stunde oder beispielsweise, du schickst irgendwelche Fonds auf eine Exchange, die du erst am Abend irgendwie verkaufen möchtest oder sonst was, da kannst du auch hier einfach auf niedrig draufklicken, hat allerdings zur Folge, dass deine Transaktion womöglich nicht sofort durchgeht, nicht in den nächsten 1, 2, 3 Blöcken, sondern einfach ein bisschen länger auf sich warten lassen kann. Und es kann auch vorkommen, dass wenn du hier beispielsweise deine individuellen Zahlen eingibst, um noch mehr Gas-Vis einsparen zu können, dass es tatsächlich so ist, dass deine Transaktion gar nicht durchgeht, dass deine Transaktion feststeckt, du die abbrechen musst oder beschleunigen musst oder im schlimmsten Fall dann auch Metamask ab und zu mal einen Fehler hat, wo du dann die gleiche Transaktion ersetzen musst mit der gleichen Nance und so weiter und so fort. Wird es dann schon ein bisschen technischer, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber ich würde mal sagen, hier als Anfänger, wenn du es nicht wirklich ehrlich hast, kannst du hier einfach nochmal auf niedrig draufklicken, dann sparst du hier also maximale Transaktionsgebühr von 72 Cent im Vergleich zu bei hoch 1,23. Das heißt, allein dadurch kannst du hier schon mal gut 20, 30, vielleicht sogar 40 Prozent an Transaktionsgebühren tatsächlich einsparen. Dann einfach hier unten auf Speichern draufklicken. Ich persönlich kann jetzt nicht draufklicken, weil ich angegeben habe, dass ich meine maximale Menge an Ether entsprechend verschicken möchte. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich dann kein Geld übrig habe für die ganzen Gas-Vis. Aber wenn du, ich sage mal, einen gewissen Betrag auswählst, kannst du dann hier auf Speichern draufklicken und dann werden die neuen Gas-Vis hier übernommen. Und mit den Gas-Vis kannst du dann das Ganze bestätigen und dann geht deine Transaktion entsprechend durch. Sieh jetzt zur Profi-Variante, wie du noch mehr Transaktionskosten sparen kannst. Da geht es dann allerdings, ja, wird es einfach ein bisschen technischer. Und zwar habe ich hier mal die Webseite geöffnet, txtreet.com, die habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und zwar habe ich voreingestellt, dass hier auf der linken Seite die ganzen Blöcke von Ethereum angezeigt werden und hier auf der rechten Seite die ganzen Blöcke von Bitcoin. Die für Bitcoin können wir jetzt mal komplett ignorieren, weil wir sind ja auf Ethereum entsprechend tätig. Und da siehst du die ganzen Blöcke und mit den ganzen Gas-Vis und so weiter, wo du hier sehen kannst, 17-Gray, 16-Gray, wenn wir weiter runter scrollen, findest du welche mit 11-Gray, 10-Gray. Also ja, 10-Gray scheint hier das absolute, ja, das mit Abschirm niedrigste zu sein. Wenn du hier dann auf die entsprechenden Blöcke draufklickst, nehmen wir mal den aktuellen Block, okay, der sitzt schon durch, gehen wir auf den aktuellen, siehst du, in den nächsten 12 Sekunden wird der wahrscheinlich entsprechend bestätigt. Das siehst du dann, das ist ja schon wieder durch, gehen wir auf den anderen, das siehst du dann entsprechend hier, die Base-Fee, also das ist das, was du dann entsprechend einträgst bei der maximalen Anzahl an Gray. Genauso auch siehst du hier den Tip-Price, also was du dann entsprechend eingeben musst, um die ganzen Validatoren entsprechend zu bestechen. Wenn du jetzt tatsächlich wirklich das Maximum rausholen möchtest und es darauf anlegen möchtest, dass vielleicht auch deine Transaktion gar nicht durchgeht, könntest du jetzt beispielsweise dir hier einen Block raussuchen, sagst, hey, ja, 11-Gray, wie sagt man, das ist relativ niedrig, klicken wir da entsprechend drauf. Wir haben hier den Tip-Price und wir haben hier die Base-Fee, den tun wir mal kurz offen lassen, tun jetzt die Metamask entsprechend öffnen, dann in der Metamask klicken wir hier auf editieren und wir haben hier die maximale Prioritätsgebühr, das ist im Prinzip dieser Tip-Price, den du dann hier eingeben könntest, von 1,36, dann haben wir hier die Base-Fee von 9,6, mal schauen, ob er das überhaupt nimmt, geben wir hier mal ein, okay, das steht schon dran, die maximale Gebühr ist zu niedrig für die Netzwerkbedingungen, weil wir hier wirklich ans absolute Maximum gehen, kannst du das allerdings trotzdem speichern und dann bestätigen, in der Hoffnung, dass tatsächlich deine Transaktion in hoffentlich einen von diesen Blöcken hier tatsächlich durchgeht. Es kann allerdings sein, dass wenn du tatsächlich so tief gehst mit den ganzen Transaktionsgebühren, dass du dann im Nachhinein deine Transaktion abbrechen musst, dass du im Nachhinein deine Transaktion beschleunigen musst, das kostet ebenfalls minimal Gas-Fees, deutlich weniger als eine Transaktion, aber es kostet eben ebenfalls Gas-Fees oder im schlimmsten Fall, dass deine Transaktion bei, ja, auf dem Metamask gar nicht wirklich angezeigt wird, sondern nur ein Blockchain-Explorer, da musst du die alte Transaktion mit einer neuen Transaktion mit der gleichen Norm nochmal ersetzen. Also wird es dann einfach schon ein bisschen, ich sag mal, technischer und das ist auch der Hauptgrund, warum ich persönlich mir den Stress gar nicht antue, weil, ja, momentan, ob ich da jetzt wirklich noch ein paar Cent mehr raushol, was die ganzen Gas-Fees und so weiter angeht, ich benutze lieber die vereinfachte Version, dass ich hier auf Empfehlungen draufklicke und hier dann wäre niedrig, in dem Moment, wo ich es nicht ehrlich habe und hoch in dem Moment, wo ich es vielleicht ein bisschen ehrlich habe, wobei ich es in aller Regel bei meiner Strategie fast nie ehrlich habe, also entweder mittel oder niedrig ist die deutlich einfache Variante, aber nur, dass du mal das gehört hast, wie man da vorgehen kann als Profi-Variante, da gibt es auch unterschiedlichste Websiten, das ist hier nur eine, die besonders cool anemniert ist, es gibt auch verschiedenste Browser-Plugins, nur ich persönlich bin sicherheitstechnisch, ja, Krypto-Browser-Plugins müssen nicht unbedingt sein, weil wenn ich schon tatsächlich Metamask, also eine Wallet benutze, die über dem Browser funktioniert, da brauche ich nicht nur irgendwelche anderen Krypto-Plugins, die eventuell irgendwie gehackt werden könnten, irgendwelche Daten weiterschicken können oder sonst was, von daher Krypto-Browser-Plugins, die werden bei mir nicht installiert, außer Metamask, die Wallet, die lasse ich offen, aber ansonsten versuche ich, dass ich alles über irgendwelche Websiten mache. Dann die vierte Möglichkeit, wie du Gals-Vis einsparen kannst, ist, indem du nicht auf Layer 1, also auf WFM selbst die ganzen Transaktionen machst, sondern auf Layer 2 Solutions. Layer 2 Solutions kannst du dir vorstellen, wie separate Blockchains, die allerdings den Unterschied haben im Vergleich zu anderen Blockchains, dass dort ganz final die ganzen Transaktionen trotzdem noch auf Layer 1 auf Ethereum entsprechend abgespeichert werden, sodass die im Prinzip von der Sicherheit von Ethereum tatsächlich profitieren. Und da derzeit mit Abstand die Marktführer, Arbitrum und Optimism, die in Summe ungefähr 80% vom gesamten Markt ausmachen, mit sogenannten Optimistic Row-Apps funktionieren. Und Row-Apps, also da gibt es verschiedene Arten davon, aber vereinfacht gesagt, heißt nur, dass sie die ganzen Transaktionen off-chain bündeln und diese Bündel dann gebündelt auf die, diese Bündel gebündelt, das ist ein gutes Deutsch, aber du weißt, was ich meine, diese Bündel an Transaktionen dann auf die Ethereum-Blockchain bringen, sodass du deutlich weniger Gasfees auf Ethereum zahlen musst, um eine große Anzahl an Transaktionen tatsächlich zu validieren. Und so funktionieren im Prinzip diese Layer 2 Solutions, wo du deutlich geringere Gasfees hast im Vergleich zu Ethereum, wo die Transaktionskosten oder die Transaktionen im Allgemeinen auch deutlich schneller durchgehen. Dadurch kann im Prinzip Ethereum jetzt schon deutlich mehr skaliert werden. Und in Zukunft wird auch bei Ethereum diese sogenannte Sharding kommen, dass im Prinzip die ganzen Blöcke beziehungsweise die ganzen Transaktionen nicht nur in einer einzigen Chain validiert werden, sondern in ganz vielen verschiedenen Chains parallel validiert werden können. Das heißt, dadurch wird Ethereum selbst auch nochmal deutlich skalierbarer und dadurch werden wahrscheinlich auch im Zeitverlauf die GFCs trotzdem auf Layer 1 noch ein gutes Stück fallen. Aber im Allgemeinen, ich sag mal, was Transaktionsgebühren angeht, da wirst du nicht günstiger dran vorbeikommen wie auf Layer 2. Und deshalb hat ja auch Vitalik Buterin schon in mehreren Interviews gesagt, dass es stark davon ausgeht, dass alles in Zukunft immer mehr auf diese Layer 2 Solutions entsprechend laufen wird. Nachteil da, die sind relativ neu, noch, ich sag mal, relativ klein. Also die haben schon eine ordentliche Größe. Es ist nicht so, dass es komplette Babys sind, aber du hast da, was die ganzen Möglichkeiten angeht, mit Diva-Applikationen und so weiter, noch lange nicht die Möglichkeiten wie der zur Bayfume. Nur ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass es wahrscheinlich nur eine Frage ist, bis zum, lass es bis zum nächsten Bullmarkt sein, wo einfach die GFCs Bayfume so krass durch die Decke schießen werden, dass kaum jemand mehr auch nur daran denkt, Ethereum für irgendwelche Diva-Anwendungen zu benutzen, sondern dann tatsächlich alle auf Layer 2 stürmen, auf beispielsweise ARB-Drum und Optimism, die zumindest Stand heute das Rennen machen und wie das dann in ein, zwei Jahren aussehen, da sehen wir dann, mal schauen, was da sich in der Zeit entsprechend tut, aber ja, das ist zumindest der aktuelle Trend, dass immer mehr von Layer 1, von Ethereum rübergeht, auch Layer 2 und das kannst du auch Stand heute schon machen. Dann fünfte Möglichkeit, wie du GFCs einsparen kannst, in dem Diva-Rezept, dass man tendenziell komplexere Transaktionen eher für Maites und dafür mehr einfache Transaktionen ist. Jetzt, was meine ich damit? Grundsätzlich ist es so, je komplexer eine Transaktion ist, also je mehr Schritte da im Hintergrund tatsächlich in diese Smart Contracts notwendig sind, desto höher steigen auch die GFCs entsprechend an. Das heißt, es ist beispielsweise irgendwelche einfachen Transaktionen, wie du schickst irgendwelche Funds von deiner Wallet zu einer nächsten Wallet, sind relativ günstig, diese Transaktionen. Genauso auch, wenn du jetzt beispielsweise irgendwelche Swaps machst auf Uniswap, sind auch relativ günstig. Wenn du dann allerdings komplexere Transaktionen machst, wie beispielsweise du erstellst jetzt bei MegaDAO deinen eigenen Wallet, dann tun da im Hintergrund ganz viele verschiedene Smart Contracts im Prinzip, ja, mithelfen, damit tatsächlich dieser Wallet erstellt wird, wo du dann, ja, ich sag mal, das Zehnfache an Transaktionsgebühren tatsächlich dafür zahlst. Das heißt, je komplexer eine Transaktion, desto höher auch entsprechend die GFCs. Was heißt das jetzt für die Praxis? Naja, wenn du jetzt beim Beispiel selbst denkst, wo du derzeit wie im Moment ist, dann wette ich, dass du wahrscheinlich irgendwo derzeit Cashflow bekommst und regelmäßig Claims, das heißt, die ganzen Rewards und Sprechen bekommst und dass du deine Rewards dann vielleicht umtauscht in ein anderes Token und das Ganze reinvestierst und so weiter. Jetzt in aller Regel ist es so, dass das Claim von irgendwelchen Rewards relativ simpel ist, relativ günstig ist. Auch das Swappen von irgendwelchen Tokens relativ günstig, aber jetzt beispielsweise das Einzahlen, also reinvestieren in irgendeinen Liquidity Pool oder in Staking oder sonst was ist teilweise relativ teuer. Von daher könntest du jetzt beispielsweise in Zukunft so vorgehen, um tatsächlich Cashflows einzusparen, dass du sagst, ich Claim vielleicht regelmäßig meine Rewards, tu die umtauschen in ein anderes Token, weil du nicht vom Kursrisiko von einem Reward-Token entsprechend abhängig sein willst, aber sammelst diese Tokens dann erstmal für einen kompletten Monat in deiner Wallet, bevor du dann die alle geballt, also in Summe entsprechend wieder reinvestierst in Staking oder Liquidity Mining und allein durch solche kleinen, ich sag mal, Tricks kannst du auch da noch mal mehr Cashflows entsprechend einsparen. Und noch sechste Möglichkeit, aber das ist mehr, ich sag mal, der Plan Z, dass wenn du es tatsächlich bei Ethereum nicht mehr aushältst, weil die GASVs so hoch sind und Layer-2-Solutions, aus irgendwelchen Gründen entscheidest du dich da dagegen, dass du dann sagst, hey, ich benutze einfach eine andere Layer-1-Solution, um tatsächlich meine DeFi-Protokolle und so weiter zu verwenden. Wie beispielsweise neben Ethereum, der derzeit ganz klar das Rennen macht im DeFi-Space, gibt es ja auch noch die Binance Smart Chain, wo die Transaktionsgebühren noch mal deutlich gering sind als bei Ethereum. Ist nicht unbedingt günstig, aber zumindest deutlich geringer. Dann gibt es ja noch Tron, dann gibt es verschiedene, ich sag mal, ja, da geht es dann auch manche Layer-2-Solutions, aber auch manche Layer-1-Solutions hier dabei, die du dann entsprechend verwenden könntest für deine ganzen DeFi-Transaktionen, wo in aller Regel die Transaktionsgebühren deutlich günstiger sind, wo das eben lange nicht die Möglichkeiten, wie beispielsweise Ethereum, weil auf Ethereum mit Abstand ja, die meisten Protokolle entsprechend laufen. Auch die Protokolle, die ich persönlich alle verwende, laufen alle auf Ethereum, weil ich persönlich einfach drauf wette, dass Ethereum mit seinem großen Marktanteil und den ganzen Netzwerkeffekten von Zellblauch immer und immer gewaltiger werden wird. Insbesondere dann, wenn Ethereum entsprechend skaliert wird durch dieses Sharding und die ganzen Folge-Updates, wenn dann auch die Gasfees hoffentlich dadurch deutlich geringer werden, auch wenn dann der Ether-Preis deutlich höher wird. Also ich persönlich kläre einfach davon aus, dass die Zukunft von DeFi nach wie vor auf Ethereum stattfinden wird, aber tendenziell kannst du, wenn du irgendwelche coole DeFi-Applikationen auf anderen Layer-1 findest, kannst du natürlich auch die benutzen. Und damit sind wir auch schon am Ende vom heutigen Video. Falls du es sehr frei findest, lass gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020